Diese Musik, diese Melodie, es ist wieder Zeit für Honeypop, dem super coolen Spiel, dem Puzzle-Spiel mit, ja, mit sehr netten, hübschen Damen, die wir uns heute alle angeln werden. Ja, freu mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Erstmal ein großes Entschuldigung, dass jetzt in der letzten Zeit weniger Videos, weniger Videos kamen, irgendwie zwei Wochen jetzt seit dem letzten Video. Also, bin aktuell ein bisschen im Stress, es lockert sich demnächst wieder. Da gibt es dann auch wieder viele Videos und viele neue Spiele vor allem. Bleibt auf jeden Fall gespannt. Also die nächste Zeit wird dann hoffentlich sehr cool, wenn ich wieder ein bisschen mehr Zeit finde. Geht auf jeden Fall weiter, ich mache noch mit YouTube weiter, keine Sorge. Ja, jetzt machen wir aber erstmal weiter mit dem Frauenabschleppen. Mal schauen, ob ich das noch kann. Ne, wobei, habe ich das überhaupt schon gekonnt, bei Honeypop war ich, glaube ich, bisher noch nicht so erfolgreich. Aber, ich habe heimlich geübt und, ja, mein Talent werde ich jetzt zeigen. Mit dieser schönen, hübschen Melodie geht's los. Ab ins Geschehen, juhu! Ein schwarzer Bildschirm, begrüßt uns erstmal und es ist Montag-Afton. Guten Morgen, Aiko. Oh, hey, Belly. Was ist falsch? Sieht, dass etwas dich beschäftigt. Ja, Leben. Jo, ähm, das Leben, ja, das kann manchmal ganz schön hart sein. Und, ja, ich bin direkt hier schon zum Dialog. Es gibt, waren eben noch ganz kurz bei Tiffany, bei der Süßen. Aber wir konnten, hatten ja in der letzten Folge wahrscheinlich dann das Date abgeschlossen. Und ja, jetzt treffen wir ein neues Mädchen, aber ich bin jetzt ganz gut. Und wir lauschen diesen schönen Gespräch. Aber die Frau, die scheint ein klein wenig genervt zu sein. Und hier ist unsere hübsche Fee. Ja, Asien-Chicks? Asien-Chicks? Okay. Ich habe, wie, das worst case of yellow fever ever, ever, like a yellow plague. Was? Okay. Ja, habe ich ja gesagt. Sie ist ziemlich schlecht gelaunt. Nein, ja, sie ist deutsch gesagt, ähm, schlecht, ähm, scheiß Laune. So, ähm, so, was können wir jetzt fragen? Das ist die gute Frage. Ähm, ja, sind wir aber ein bisschen lustig und fragen, hey, can you teach me Karate, ne, wegen Asiatisch und was weiß ich was. Oh, sie lacht. Oh, mein Gott, could you please be more racist? Ja, sag ich ja, war ein bisschen rassistisch, zugehendermaßen, aber sie hat wenigstens gelacht. Ähm, ja, I'm only kidding. Ja, ich dachte, so wär's süß und will's mich haben. Ups, leider bin ich gegen's, bin ich gegen's, bin ich gegen's, mein Mikrofon hier geknallt. Oh, du lacht wie ein Mist right now. Wow, I'm sure my hair is a disaster. Ja, die Frauen und ihre Haare immerhin, ne. Ja, mein Haar ist, ich hab durch, geschwuselt. You know the place? UOG, kann man's essen, oder was? Ähm. Ähm. Wir sind mal heute ein bisschen, wir sind ein bisschen lustiger drauf, ne, um die wieder hier aus dieser schlechten Laune zu holen. Ich hoffe, wir sind dabei nicht zu aufdringlich, weil wir sagen, ja, sie ist sexy Teacher und alles. Ich weiß nicht mehr über das, ich habe ein paar Studenten, die mit dir vielleicht mit dir glauben. Ich bin glücklich, dass du hierher gekommen bist. Ich brauchte einen guten Lachen. Die Kinder nennen mich Miss Yumi, aber du kannst mich Aiko nennen. Oh, wir können sie schon Aiko nennen, weil wir sie jetzt zum Lachen gebracht haben. Wir werden noch mal ein bisschen reden und dann geht's schon ins erste Date. Was ist deine Lieblingsfarbe? Lass mich dir etwas fragen. Was ist deine Lieblingsfarbe? Ähm. Wollen wir ehrlich sein, oder? Ähm. Wir sagen mal das, die, die Chess Region, also, ja, die Brüste. Gucken wir jetzt mal. Oh, oh, das war die perfekte Antwort. Jetzt sehe ich, warum du mit mir kamst. Hey, es wird Zeit, nach einem Date zu fragen, und ja, wir werden das schaffen. Oder? Ich hab halt mich geübt. Mal schauen, ob es sowas gebracht hat. Guckt euch diesen schönen Tennisplatz an. Ja. Okay. Ähm. Ja. Ich hoffe, ihr wisst noch, wie das geht. Ich weiß es nämlich nicht mehr. Nein. Spaß beiseite. Wir müssen natürlich immer hier drei oder mehr gleiche Symbole miteinander verknüpfen. Diese lilanen Herzen sollten wir vermeiden. Ja. Alles andere ist gut und manches ist besser. Muss man halt immer individuell gucken. Ich starte mal damit. Ja. Okay. Ähm. 19 Moves haben wir noch. Okay. Das wird schwer. Ah, was soll ich nehmen? Vielleicht schon mal hier diesen, für den Teddybär dann. Zack. So, jetzt können wir das hier machen. Die kriegen mehr. So, Passion, das ist, oh, oh, nice, nice, nice. Zack. So, jetzt haben wir so viele Glocken hier, die müssen wir doch gleich mal einsetzen können. Hier geht immer noch nicht. Ich bringe nämlich extra Züge, für diejenigen, die sie vielleicht schon vergessen haben. Oder hier gerade neue dabei sind. Ähm, ja. Zack. Das ist ein extra Move. Der wird sehr nützig sein, den werden wir auf jeden Fall gebrauchen. Oh, nice. So, wir haben, wir sind trotzdem gerade mal 38. Wir müssen uns hier ein klein wenig vereilen. Okay. Und dann einfach Superzüge machen. Ich hab's ja hierhin bekommen und dann gibt's vielleicht eine kleine Überraschung. Gut, beim ersten Date wahrscheinlich noch nicht. Ich schätz mal, es wird erst interessant, wenn wir dann ein paar Dates bestanden haben. Denn die Frauen zeigen dann gerne mal ein bisschen mehr von sich, ne? Hust. Ähm. Ja, ich bin mal gespannt, inwiefern das hier auch wirklich so dann kommen wird. Kommen. Oh Mann. Ähm. Ja, was mach ich jetzt? Ich mach mal das hier. Ausnahmsweise. Das war aus dem einfachen Grund, dass ich nämlich jetzt das hier machen kann. Zack. So. Zack. Und das hier. Das hat's auf jeden Fall gebacken. Oh geil. So. Aber wir können diese blögen Teil, hier machen wir mal sowas. Zack. Jetzt haben wir einen extra Move. Perfekt. Den brauchen wir auf jeden Fall. Wir haben schon fast die Hälfte. Ne, über die Hälfte. Seht ihr? Ich kann schon gar nicht mehr denken und rechnen. Erst recht nicht. Hm. Ah, wie machen wir das? Wir machen das, wir machen das. Ja, genau. So. Okay. Scheiße. Wir brauchen unbedingt noch extra Moves, sonst schaffen wir das nicht. Hm. Ich mach mal das hier. Ah, es hat X gebracht. Scheiße. Ah, was können wir noch machen? Das hier vielleicht? Das ist auch nicht viel. Wir brauchen unbedingt rote. Und wir haben nur 6 Moves. Ähm. Scheiße. Nein, das ist so knapp. Bitte. Irgendwas Gutes brauchen wir jetzt. Verdammt. Scheiße. Wir müssen hier unten irgendwas hinbekommen. Verdammt nochmal, wir haben noch 4 Moves. Aber wir haben das hier. Jawohl. Jawohl. Oh mein Gott. Das wird richtig knapp, Leute. Helft mir. Scheiße. Wir brauchen 6 Stück und wir haben nur noch 2. Ich schätze mal, das wird nicht viel bringen. 3. Was? Nein. Oh, scheiße, scheiße, scheiße. Ich Idiot. Ich hab das gerade verwechselt. Nein. Bitte nicht. Bitte nicht. Bitte nicht. Bitte nicht. Oh mein Gott. Gerade geschafft. Auf. Genau. 150. Du bist etwas anderes. Du weißt das? Das Spiel macht mich fertig. Ungelogen. Ey, mein Herz hat gepumpt. Bei so einem Spiel. Ich verstehe es nicht. Oh Mann. Mein Herz hat natürlich nur für dich geschlagen. Meine Süße. Na gut. Tiffany fand ich süßer. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Vielleicht könnt ihr gar nicht mal an Tiffany erinnern. Wir können sie ja gleich mal besuchen. Ne, wobei wir können sie... Wir können noch einmal mit ihr reden. Wir haben noch zwei Punkte. Trocken für... Ja, wie alt bist du? 21, natürlich. 21. Nein. Ich bin 28. Oh Gott. Okay. Ähm. Ja. Gehen wir mal zu... Kiana. Aber ich glaube mit ihr haben wir auch schon gedatet, oder? Ich weiß nicht. Wir können uns ja mal... Wir können uns die ja mal... Wir können uns die ja mal anschauen. Aber Monday 1, ich glaube wir haben... Hey! Ja. Weird. Ich dachte nur über dich. Ach ja? 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 Du hast doch ja gesagt. Ähm. Harold? Oh. Ja. 21. Okay, diese aber jetzt 21. Dann ähm... Ja, die haben wir auch schon gedatet, deswegen müssen wir jetzt erstmal hier... Zu... Turtle Day Beach. Beach, bitch, bitch. Okay, sorry Leute. Hör'n. Haha, wir haben eine neue Post... Ach du scheiße? Ach du scheiße. Try es auf. Es wird sooo... �ä. Was ist das denn? Try es auf. Es ist nichts hier. Komm mal, ich sah es und hab sofort an dich gedacht. Ihr werdet es lieb. Ach du scheiße. Oh Gott. Ach du Scheiße. Guck euch das an. Ich verabschiede mich dann mal für diese Folge und bin jetzt mal ein bisschen beschäftigt. Ach du Heilige. Jess, ich kann das nicht wehren. Was haben wir die Rechte jetzt oder was schon die Dicke haben? Du lacht. Lacht! Oh, stopp. Es ist nichts mit der kleinen Haut. Du kannst nicht all diese Bogen zu dir selbst halten, Hon. Es ist nicht fair für den Rest der Welt. Der Welt würde einfach gut sein, ohne meine... Bogen? Bogen? Ja, aber... Bogen? Bogen? Es war nicht günstig. Also... Du bist fertig mit dem. Es ist okay. Okay. Naja, geht ja. Also... Passt dir im Hintergrund, also... So schwer ist es nicht. Es war ein Spaß. Ne, ähm... Ja. Siehst hübsch aus. Komm schon. Lass uns gehen. Ich gehe nicht irgendwo in diesem. Ich gehe zurück. Uff... Du bist unmöglich. Generellt die Sicht? Okay, jetzt ist deine Chance. Bevor sie zu verändern geht, sag einfach etwas. Alles! So. Unsere Chance. Die werden wir natürlich nutzen. Legend nutzt alle Chancen. Und... Schaut sie auch immer. Jupp. Äh... Hey, warte! Huh? Oh, jeez. Hi. Sorry. Ähm... Ich bin so verbringend. Mein Freund hat mir das dummste Ding aufgenommen. Sorry. Einen Sekunden. Lass mich verändern. Wirklich? Nein. Du denkst so? Ich weiß nicht. Es ist wirklich leer. Aber die holen wir uns auch noch. Keine Sorge. Ich will nicht, die Leute zu denken. Ich bin so das. Du weißt? So das? So das? Adorable? Shut up! Du weißt, was ich meine. Hm. Ich glaube, es ist nicht so schlecht. Ich meine, wenn du wirklich sagst, dass du es magst. Oh, und... Hi. Die Person in der Bikini, mit dem du sprachst. Ich bin sehr interessiert in wissen, was du daran denkst. Was bedeutet das? Was bedeutet das für dich? Was bedeutet das für dich? Die Frau? Die Frau? Die hat was drauf. Juhu. Juhu. Okay. Ich bin glücklich. Just to believe it. Kann man nicht irgendwie sagen, ich bin glücklich nur mit dir? Ähm. Ja. Wie sagen wir das Zweite? Ich glaube, ich kann nicht darüber sprechen. Und was kann ich für dich machen? Ähm. Wo ist die vierte Antwort? Ihr wisst schon genau. Ihr wisst es genau. Ähm. reich. Wie ist die nächste Zeit? Aber im Moment... ... bin ich 23. Ja, es gibt Zeit... Für ein Date. Und um diesen tollen BH mal ausziehen zu können. Was soll denn das jetzt? Was mit deinem Arsch? Nein, die sind doch gar nicht hier. Was soll denn das? Zieh dich mal aus. Wunderfohl. Wunderfohl. Also auf jeden Fall ein guter Start. Gutes Zeichen. Die holen wir uns auf jeden Fall. Das schaffe ich, keine Sorge. Ja. Ein bisschen Passion. Machen wir mal das hier, zack. So. So, extra Move wieder. Hier Sexuality. Ah, die Orangenen, Maxi. So, wir müssen ein bisschen weiter runter. Machen wir mal das hier, zack. So, jetzt können wir hier wieder ein extra Move uns gönnen. Ich finde hier war voll konserviert bei dem Spiel. Sorry, wenn ich hier nicht allzu viel sag, aber das ist ganz schön schwer. Und es wird immer schwieriger. Also das Spiel hat was. Es ist einfach mega cool. Und es wird auf jeden Fall noch sehr interessant. Kann ich euch versprechen. Ich weiß nicht, was hier noch alles vorkommt. Was uns hier erwartet. Ähm. Ich weiß nicht, was hier noch alles vorkommt. Was uns hier erwartet. Ähm. Oh, ja. So, extra Move. Noch ein extra Move? Nein. Schade. Oder? Ne. Ah, was machen wir denn jetzt hier? Was hier? Das ist alles Blödsinn. Was? Waaah, scheiße. Kacke. Okay. Jungs, es ist weg. Es ist vorbei. Ich hab's versaut. Ich hab's halt nicht so mit den Frauen. Damit bin ich raus für diese Folge. Ich hab keine Lust mehr. Was sollen wir das? Ich will die hier nackt sehen, da kommt da so eine Scheiße Oh man So, wir können zwar hier extra Moves holen, aber das wird eigentlich Demutig nichts mehr bringen, wir haben Ja, das können wir vergessen Ich weiß, man soll vorher nicht aufgeben, aber Manchmal ist es nun mal ersichtlich, dass das nichts mehr wird Aber das ist hier leider der Fall Ja Au Au Ich bin ein bisschen verabschiedet, aber es ist okay Was steht hier überhaupt drauf? With love Yeah Okay, ja Leute, ich würde sagen, das reicht erstmal für eine Folge Direkt im Anschluss geht es aber weiter, ich werde noch ein bisschen weiter aufnehmen Ich habe nämlich ziemlich viel Lust auf Honeypop Okay, das hört sich so falsch an hier Lust in Honeypop Ja, egal, ihr wisst schon was ich meinen Ja, wir sehen uns bald wieder und ja, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal Ciao, ciao 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 Ciao